Einen wunderschönen guten Morgen. Ich nehme auf Montagmorgen. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir fahren gerade den West Gerste zu Raiffeisen. Genau, hier der Auftrag. Der ist abgeschlossen. Wir müssen nur den Westfad kaufen und dann sind wir tippitoppi mit dem. Ich hatte es gerade probiert. Der Helfer will nicht weiter dreschen, weil anscheinend genug ist. Das machen wir dann noch schnell. Stellen dann jetzt hier vorne den Abfall rein. Tun den Mähdrescher vom Feld fahren. Tun den Mäde. Bau. Bahnhof. Warten. Viel gemacht. Heieiei. so einstellen genau zwischen dann auf den wir haben noch ein bisschen heu auf dem feld liegen das werden wir noch runter holen hat runter holen gesagt ein quatsch schauen wir mal ist den kühn weit geht da liegt noch eine schwatt ob noch ein bisschen sind auch da dass die reihe und noch ein bisschen und dann werden wir was so als nächstes ansteht noch mal ein feld dreschen das weiß ich noch nicht das ist sage ich mal anführungsstrichen ziemlich viel arbeit es wird schon mal gerade hat er es wieder am trigger vorbeigeschossen achte mir das denn jetzt hier ok gut doch wollen wir den rest verkauft haben alles klar somit haben wir 79.000 euro 69.000 sorry dann schicken wir den weiter der ist ja noch hier zugange das war mal dahin schauen wir mal ich denke wir werden mal eine dünge mission annehmen sind ja eigentlich gemacht was haben wir denn aktuell 2000 die sind aber fast voll mittelvoll sage ich mal so stellen mal den da den schwad da müssen wir noch weg bringen den haben wir uns ja nur geliehen wir kommen aktuell nicht vorwärts nach so viel arbeit aber doch nicht so viel ist das steht was ich meine nur heute nachmittag kommt per post mein neues mikrofon hoffe ich dass es kommt um die aufnahme auch besser ist denn mal was hier drin ist dünner 1000 ja oder schickt dünnfeld 6 ach so das sind wir ja glaube ich schon mal hin 6 und einmal schnell dahin mit dem zum händler ja ich finde das schön wenn so ein schlepper hier und dann schauen wir mal was man mit dem 8 20 machen da noch ein bisschen was dafür kriegen mit denen zum arbeiten aber ich denke schon heute hier beschädigt das ist ja aussteigend zu geben zu geben zu geben und gucken wir gerade mal mission ernten feld 18 18 das ist größer wie zwei oder vielleicht gleich 13 lc haben wir denn da sie ja auch zu machen wir alles später noch irgendwann auch ja ich bin da ein bisschen 18 ach sie 19 sieg der welt von laderäumen 20 aber wo ist die 19 ob er auch direkt vor der haustür 3 wir gucken jetzt erst mal erst mal hier die 18 machen wir die nehmen auch noch eine mission ja ja wir gucken dann mal wenn es er hat sein ziel erreicht lc so da muss ich es war 6 vorgewinnt einmal rundherum wecken weich 36 das sieht gut aus zu das ist ja was wir machen noch mal neu was sind sogar zufällig sonnen glückchen dann fängt er auch hier vorne an einstellen aktivieren 36 meter schieben wir das dann auch gleich in den ordner wer macht das oder starten dann fahren wir zurück zum hohen eventuell schon irgendwelche produktion anleiern können der lexion müssen wir noch vom feld holen so eine e und press mission später zu gärtner reibring welt 21 so was das machen ihren einstellen was gewicht hier ab die werke stehen ja der großen halle vielleicht noch mal die genauen vertragsbedingungen angucken ok sonst wenn dann hätten wir doch den schwader behalten können so dann machen wir einen kurs für welt 21 haben wir ja bisher immer so gemacht richtung in ist hierhin stopp speichern 20 speicher zwischen dann neue kurs generieren das müssen wir dann gleich darauf achten generierung und 20 einmal rund um zurück ist erst mal jeder und zehn immer um welche ecken es passt auch so vorgewendet soll er anfangen 10 einstellen 1 und lassen wir das mal so tun wir lassen starten jagen den gleich hier wenn da hinterher gehen hier hin euch alle hände voll zu tun jetzt neuer lohn auftrag reingekommen aber das machen wir ja in der sonne landwirtschaftliches lohnunternehmen und da klappt das schon wenn der dann soweit ist dann lassen wir den jetzt erst noch mal ein bisschen stehen wenn der soweit ist hier dann schicken wir den hinterher Modo aus der ist auch gleich fertig bis wir schon fast einmal außenrum geballert so guckt euch mal den treasure so ich wollte ja noch was machen waren dann jetzt dahin die haben wir ja abgeschlossen hier ich denke mal dass dann hier ein weiterer auftrag folgen wird aber das müssen wir dann sehen wenn er uns wieder anruft fragt ob er das möchte oder nicht jetzt mal erst machen wir feld 6 und jetzt drüben das van ich denke das wird dann so ganz gut hinhauen und wir haben den schneidwerkswagen da so reingeschoben erstmal kurz hier ab schiebe den mal da raus es geht ja gar nicht ja dann müssen wir mal auf den hohen waschen fahren die kiste hier schmeißen toll ich denke dann müssen wir zurücksetzen ja ok gut wir fahren zum händler auch eigentlich direkt gerade durch zurückstechen 70.000 schon wieder fast gemacht kommt ja noch ein bisschen was dazu das ging aber schnell wenn ihr irgendwas habt haut es in die kommentare wenn euch das hier alles gefällt was ich mache lasst doch bitte ein like da aber wir kriegen das ja schon alles hin bin ja auch noch relativ neu seid nicht so hart zu mir schreibt verbesserungen in die kommentare dann werde ich dies auch natürlich annehmen wenn es sinnvoll ist dann kriegen wir das alles hin so 6 abgeschlossen und fahren wir mal schnell dahin lassen noch weitere dünge mission hier können wir abschließend dann schicken wir den wieder heim und sind denn die in den seiten lang naja stellen stopp 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 warte stellen ja der ist hier fleißig am mähen den fahren wir auch heim ich kann es euch aktuell gar nicht gar nicht sagen ob wir da schon anfangen können schwader nicht dass er da ist dass sie sich in die quere kommen und sich gegenseitig kaputt fangen quasi das wollen wir ja auch vermeiden so wie zart gut haben wir 14.000 mal den drescher schnell waschen mal den drescher waschen wir jetzt noch so viel zeit muss sein so guckt euch mal die sauerreihe an schöne 770er schneid weg mit euch mit waschen oh oh guckt euch das wie das aussieht gut meine freunde in diesem sinne gucken wir erst nochmal auf dem lassen ich wünsche euch auf jeden fall noch einen schönen montag schaut rein haut in die tasten was geht guckt schreibt kommis oder lasst ein like da ich wünsche euch was bis denn dann euer blacky machts gut ciao guck モ guck 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 guck